Ich hätte für die Wende eine Person, in der wir über einen Thema reden, von dem wir auch in Pomer geredet haben, mit mir geboten haben, wie Mädwes. Ich freue mich, dass du hier kommst, Sarah Sautje, Sarah Boy, in der wir in Vietnam. Ob du was mit Sautje, wenn man mit Boy in Befriede stammt. Sehr willkommen hier. Danke schön. Das ist ein Thema, wo wir vielfach reden können. Wir haben acht Kinder im Leben. Auch im Leben. Einander der ersten Begriff. Der Gottes Erste. Ja. So, das ist dann noch ziemlich gut. Wie wird es auch zusammen? Da wird nicht irgendetwas sein. Oder hat es eine gute Hilfe. Ja. Wunder werden. Wunder werden, ja. Ja, wir haben so ein Junges und zwei Meeres. Oh, okay. So, unser zweites Alster, wir haben ja noch nicht ernsthaft. Das ist auch ein Mädchen, der Helfer von Bern. Ja, und so, in Tüch, sechs, fünf, vier, mit acht Kindern. Also, viel Arbeit, bis man dort gedacht hat, wenn man damit verweckt hat, ob man das noch bieten hat, mit Garten oder Tieren. Wir haben ein Bett, Tieren. Wir haben einen Garten. Wir haben auch lange immer einen Garten geholt. Es ist eine Fähne, die ich nicht mit Tinger zu beschaufen. Die Lüge noch, wenn man will es nicht haben. Ihr wart ja auch ziemlich krank geworden. Ich glaube, whole day. Wird es nicht geworden, dass ihr Fähne gesund? Und, wie kam es zufrieden, dass es ziemlich verschieden von euch hat, aber es wird andere, was die Pläne geschehen bleiben? Ich würde sagen, dass es so schlecht wird. Ich würde sagen, dass es nicht so schlecht ist. Ich würde sagen, dass es nicht so schlecht ist. Du weißt, dass es gelten und es nicht so gut ist. Ja. Wir hatten, wie spielte das ja nicht gleich mit Garten. Einmal halbstehen, aber ich habe es doch recht, aber es ist ja nicht so schlecht, dass ich den, weil ich am Duhl. Ja, und dann klagte der Tümer wie ein Kinger an, der in Städte trägte ich mit zwei von den Hebammen, den Mitwifern. Und das hat erst noch gar nicht so ein älter Tümer. Das war erst acht Jahre. So war das recht, am Anfang haben wir schon zu kommen. Und nun, als ich lieber da, von der Früh ist, können die Mitwifern sein, die Mühre getroffen. Und ja, also, du bist nicht von Anfang an, nur mit Mitwifern zu gehen, wenn die Kinger haben. Die Mitwifern, sag ich bitte, Mitwifern, sie warst. Und an der letzte Feier. Die letzte Feier. Ja. Und wie hat noch gesagt, die letzte Feier mit der ersten Pfiff, willst du eigentlich erst in die Startung? Ganz unbedingt. Wir haben unsere älter Pfiff alle durch eine Operation, durch eine C-Section geholt. Und fangen dort, wenn wir das erste Däupien sind. Der Doktor will das nicht normal versinken. Und dann wird das zweite Wien in Kanada, und die haben nicht vertreten, ob die Doktors hier getan haben, sodass wir das nicht vertreten, sondern wir glauben das war. Und dann ging das dann wieder, die hast eure Operation, ich hörte mir das Vater, das ist eine große Chance. So ist das eigentlich eine große Chance? Äh, unsere Doktor, dass wir dann an der Aditent, dann sieht die Doktor hier, dass wir würden her können, er sieht nach wie können, wenn alles wird ganz okay sein. Aber heute gibt es nichts, kein Rout geben, kein, ich würde sagen, nicht den Support, den einer bei den Mitwäldern kriegt. Ich sage, wenn ich dann auch eine Mitwälder habe, dann würde ich da auch schon ein paar geschaffen haben. Aber so, ich habe dann von mir gedacht, dass ich dort gewundert, dass ich ein Batovieh, nein, ich kann so sagen, wenn ich unhandlich hätte, würde ich sagen, das ist ein größer Ding. Und dann habt ihr die Erklärung von? Nein. Nein, es ist ja bloß von alles ganz fern, es ist nichts, da möchte ich halt und dann teilen. Und das wie alles. Und dann aber wegen, weil mir das ja, ja, wenn man ein bisschen geräumt hat, dass es ernsthaft wird, dann aber deutlich nicht, dann fuhren wir über den Finschack ab, dann sagt er, ah, du hast noch nicht wiedergekommen, das war doch gar nicht. Dann, wir waren aufgerehr. Dort Essenbiet, den war ich, wo sie auch haben, und ich kann das nicht mit aufholen, und die frühe, ist es schon gut sein von, von jetzt wird dann, die dort verreden, dann, na, wir wollen ja ans Baby, das sage ich, man hat anders nicht schauft. Das ist auch verständlich, nicht? Die Eltern wollen, die beste für ihr Baby, die wollen, das sicherste tun, und das dann richtig zu nutzen. Ja, und das ist das Ding, wenn einer ist, wenn einer das Baby, die 3,8 hat, dann ist er einfach, dann ruht, und das ruht. Und dann, wie kommen sie denn, nur die Mitwifes, wie ich, ab einmal hostig, kann ich das switchen? Wie kommen Sie dort auch? Das ist eine so interessante Geschichte. Okay. Wie ans feftet Baby, dann hohe ich all ein grödet Verlangen, dort üte fing. Mhm. Ich hohe immer wahre, dort verlangen, ich hohe, in der Normale, aber üte fing, wenn ich weiß, dass wir es gerade ans Charme gemerkt wurde. Und meine Wunden heulten immer so aufhören, so, deswegen dachte ich immer so, zu what würde ich nie wirklich einmal bloß wahre machen. Doe den Upschnieden nicht. Und dann wird wir da zwischen ans Piret, ein fefter Kind wird ein paar jahre zwischen. Ich dachte so, da wird so fern, ich gehe halt, dort wird mir alle seien schroffen. Und dann fangt du an, ernstlich immer zu beden, in Ruhe zu sitzen, in zu studieren. Ich habe viele Läser zu fahren, ich kriege Posten zu lesen, weil ich hier, wo früher es dort können, nur demnach. und ja, dann fang ich nach unten und dann wird dort, ob das Osterbiby ist so sein, dort schoben nicht, dort so. So war die wahre an Operation. Aber dann wird der bei mir ein Grund. Dann wird ein Grund und ich bin dankbar, dass wir das versucht haben. Das dauert ein ganz anderes zu viel. Wenn einer wüsst, wir haben wenigst versucht, in meinen Schuhe zu fahren. Das hat wir angefangen. Bloß wir sagen, wenn wir das nicht fahren, war möglich, weil sie nicht schaut. Und dann frede ich mich für eine Operation. Wenn ich weiß, dass das fehlt. Aber ich habe den Kopf gemacht, dass ich das kracht habe. Ich habe nicht die Chance zu fallen wie mich von der Doktor steht. Und dann haben wir die erste Operation gemacht. Und dann eine Mitwife von Alpeso war als Specialist High-Risk Pregnanzies also so das gegeben für Menschen die anderen nicht wurden. Mehr Englische? Mehr Englische, ja. Und sie kamen nach Hawaii und sie reden dann von verschiedenen Dingen. Und dann wir auch das mal so dass sie kann kommen von Operation und so uns auch mal fallen. So ich glaube dass das neuerlich wäre. Okay. Und dann früge ich mal was so . Ich vertelle mir an sie schicken an sie früge gar und was sie glaubt. Was ich wäre dann wenn ich dort heim mit physik nur vier vibrations. Dann schickst sie mir und sagst sie wenn sie hier tot wird ein gut candidat sein . Dann schaufe Dort wird. Und dort wird ihm den mit go wieder zu segen . Dann so wie uns dort ein wo wir versorgt und was dann was missionarin schuft. So wird der reutem ans haupten wenn wir danach nicht mehr weiß. Und dann überden diese Quartier stets dann her und sei hauft dann die haupt mit uns. die erste Pause wird dann normal haben. Und dann die letzte Pause wird dann wie Trudy warst. Und das ist anders wenn meine Chant es erklärt. Er kostet mich davon vertreten wie das in Sprache das das in Sprache reden oder? Ähm No ich weiß nicht. Ich würde sagen der Doktor erklärt das nicht. Wir hatten da noch ein anderer Doktor aus Lutere Jor in Lutere Jor bei der letzte Pause habe einen Doktor erklärt. Ich wollte nicht sagen dass ein Doktor ist. Es wichtig dass ich alle essen. Und heute habe ich so viel erklären was er wird. Das war so . So wir haben einen Doktor geändert. nicht. Ich bin ein deutsch Fan. Ja, ich kann ein bisschen drüber. Sie müssen in Kliemann behalten, was sie auch noch nicht gut dürfen. Was soll ich glauben? Wie wir mit dem Doktor, was können Sie sagen, ist ja okay, was, dass wir vielleicht waren und haben es operiert. Aber ja, mit einer Halbschule, das ist ein Fan. Und wie feiert es dort, die letzte, die nächsten drei, wie soll es beten? Das ist keine Schwierigkeiten, was, aber na, das ist schwierig, ein Zinn zu wählen. Aber keine Schwierigkeiten. Alles was normal ist. Ja, vorher kennen Sie es dort. Erstens, ich sage es, wenn die erste operiert wurde, wenn die erste. Da die Doktor stand leicht, glaube ich, und dann machen die nächste auch. Genau, das war bei uns, ja. Das, die haben eure Operation, die heute nicht geboren. Und nun wird es doch so, dass das erste, was wir dann nicht normal haben. Und, ähm, mein Gebet war, wenn wir würden am Doktor vor, dass ich mich mitbekommen wäre, wenn wir uns gestalten. Und ich sagte, von den ersten Tagen habe ich nicht verboten gebetet. Weil die Doktor stehen doch nicht, sonst wird uns gestalten, nicht? Aber, was ich so aufhört, dass wir in öbner Kommunikation... Ich erzähle ihnen, weil mir das zu tun haben, dass ein Eier, das wir dort wenigstens versagt haben, dass das für meine Gefühle so, ähm... Und, äh, heulend, wie wir, nicht bloß, äh, 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 da und dort. Ich erkläre ihm dort, und ich sehe ihm dort, dass... äh, den Midwife hat versprochen, sie würde extra sehr abchecken. Wenn dort aber immer wird fehlen, dann würde sie an Spurzen anchecken. Und ich zeigte den Doktor, dort, äh... Wenn die Midwife einmal was sagen, dort bevor sie dann war, bevor sie kommen. Ich zeigte, ich wollte nicht sein, dort wie nicht worden kommen. Und dann zeigte der Doktor zu mir, er war ganz gut, und du, Eber, dann zeigte er... As a doctor, I have to tell you, it's risky. Ich zeigte es in Englisch. Und dann zeigte ich, äh, wait. Dann zeigte er, but it's up to you. Ich habe hier ganz geladen, ich habe hier nicht doll, ich habe hier nicht... ...karte. Und ich fragte, was von mir abchecken würde, das war eigentlich noch niemals eine Operation, die ich heute hatte. Und dann, äh, ja, zum Sein ist alles okay, wir. Und wir, äh, ein Risiko, was die Midwife von Red, wird, wird, wird können sein, nur so für C-Sections, aber sie seh, dort, ähm, am Sonograf hier könnte der Doktor dort sein, und ich den Trübel hat, und ich seh dem Doktor dort extra, er soll dort abchecken. Und er sagt, dort isst du nicht, ich höre den Trübel nicht, er sieht alles zu sparen, bis jetzt der Operation, sagt er. Und so, die verleuten, die verabschieden uns, er erwarten uns nicht, drei. Er sagt bloß noch, wann und ob immer was fehlt, dann sag ich mir. Okay. So, und mir fällt sich so, dass wir noch eine soja klare Stück, noch eine soja klare Erklärung, die Gott geöffnet hat, dass der Doktor wirklich anwäligt, und da fällt sich mir so durch die Kommunikation so viel üt. Ja. 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 Unbedingt. Ja. Ja. Der öbne, dort öbne Verhältnis zwischen, ähm, und, ähm, was einer Konhamet endet, dort ist ganz selbst wird aus. Was mit dem Doktor schwattet ihr? Das wäre eine schöne Arbeit, dann wäre das, was geht. Ja, das ist das, was der Doktor gesagt hat, wenn es fehlt, dann mal die. Hast du die letzte Feier, die noch einmal malen muss bei dem Doktor? Wir sind immer die erste Zeit bei dem Doktor gekriegt, für den Check-up zu fahren. Und was mich noch so interessant war, als wir das erste Baby damals noch mal geholt haben, als ich ihm dort dann wirklich sehe, dass wir dort planen, dass wir auch mal einen Monat fertig haben. So, dass wir dann auch so lange haben, was das Baby dann will. Ja, und dann schreibe ich ihm nur dem ein Message und schreibe ihm dort, werdet ihr was für. Und was mich so interessant war, wie ein soer Special, hat er mich ganz vom Horten. Okay. Ja, also ich, ähm, congratulations, sag Franny, äh, das ist auch Englisch, ich schreibe nicht. Dort, Ola, Fanny, was, das und so weiter. Und dann den Message zu laut, sag ich noch einmal, muchas felicidades. Und dann, ja, Luther, als wir dann das nächste Mal schon den Check-up-Time dann, sagt er, Quinta, Metolo. Okay. Weil wir einfach mit abgebracht, zu erwachen. So wird auch interessiert, zu weit. Ja, ja, das weiß ich, sie, die, die lebt mit. Ja, ja, also ich gehe schon sehen, dort, äh, in den letzten Jahren, sind dort dann sehr viele Frühjahrs, wort nur die Midwives, nur die Hebammen, gönnen. Äh, dort wird immer mehr. Ich weiß, die haben alles Töppes, ich weiß, dass einmal, ich rede mit einer Gruppe. Sie sind da drei Hebammen, dass sie die Tische wird. Und sie haben ja heute über 150 Wolken besorgt, mehr als alles Tötschen. Und ich denke, wir sind vorher gut, vielleicht sogar fisch, weil wir heute auch ungefähr so viel Arbeit haben. Ich sage, dass der Zuhörer, der nicht auch, sagt, der nicht auch, dort sei viel früh, ist der Hangrund. Und, äh, wie jetzt gesagt, der Düringer stärkt so 100 Prozent. Ja, unbedingt, ja, ein sehr besonderes Leben, was ich heute, ähm, kriege ich, was wir uns in der Stadt dann normal haben, ähm, dort, wie viel von, ich hatte so schwerfähig gehofft, und dann hier mein Baby, dort, da ist ganz nett, weil das war, einer, da ganz helpless Licht, und einer konnte nichts mehr tun. Am Schlup, da war du beteiligt, oder? Äh, nicht, am Schlupsigchen, da warst du, aber einer konnte nichts mehr tun. Die Leute dort tun, weißen, in der Baby, und dann werden sie weit rüht, mit Gott. Und dort werden sie so ganz anders, dass das Baby erst du, wie er dann, sie hat dann gerötet, ba, mein Mann kann mir mit Haupte legen, ans Baby dabei anzen. Und dann, dort, wie viel, wir bloß, so ja, so ja, wird vor. Okay. So, und das dort, habe ich dann, wie im Haus betrunken, nicht geholt. Äh, das ist noch, das, äh, neunerseits von, ich weiß nicht, wie viele, die verschiedenen Alexien, aber bei den Städten war es gerade, äh, das sind wir uns, du, wenn du, sagst, du. Ja. Ja, das wäre, ähm, okay. Ja, das wäre, wie, wie, Kasse gebärt, wie, das, du, äh, und da, wie, äg, bis, einfach, das ist eine Schlupstuh, ja. So, ja, gut, ja, ein Schwer, wo dann weiß ich, komm, äg, fang ich, ob noch, sagst du, was du, muss, mit, ähn? Ja, ich würde, bliss, wäldig, ja, wäldig, der frühen Motto, sprechen, wann die ein Verlangen, hau, das üttepähen. Ich denke immer, dass jeder eine wäre, weil ein Penubration-Gundheitskonstig wäre ein Wohl. Das kann wahrlich. Die Doktor sendet das auch und ich kann ihm verachten, wer das ist. Wo du bloß denkst, dass ich viele, viele Führerstehände, dass ich viel, das Verlangen, das Ytterfing, weil Gott das gemerkt habe und das ist ein sonderbarer Gefühl. Und das kriege ich nicht die Chance. Und das ist ein Ding, was ich wünsche, um alle Mütter zu sprechen. Ein öbner Verhältnis hat ich einen Puls mit dem Mann. Der braucht das auch, dass er sich den Nenler, dass wir das versiegen wollen. Und das andere Ding ist ein öbner Verhältnis mit dem Doktor und den Mitwifern. Und in den Top-Saufen. Von der ersten Tag ist es, dass du dich denkst, die Mitwifern zu schaufen mit dem Doktor, mit dem Top-Saufen. Und dann, wenn das einmal gefährlich wird, dann können sie wieder checken. So, dann würde ich wünschen, wenn wir einmal das Verlangen haben, dass sie sich wirklich wenigstens mit dem Mann merken. Und das ist mal, wo ich denke. Ich denke, wir haben drei Kinder. Ich glaube, das funktioniert auch mit den Mitwifern, die wir noch nicht selber konnten. So, wir haben einen röslichen Doktor. Und dann haben wir so einen gestärten Charakter, dass wir nicht durchgehen, wenn wir in Physiken kooperieren. Wir haben Physiken natürlich. So, wir haben die Charakter für die Mitwifern, dass wir vor allem, wie wir dort gesagt haben. Und wir haben das Männchen in ein kleines Sprachgezockenbänden, wo ich gesagt habe, dass wir uns jetzt von sich gelohnt haben, ab heute schon weiter zu reden, was von der Spanisch sei. Ja, nur das, was ich sage, weil wir nicht alle Doktors in der selben Lernsteuern, dass wir nicht alle so sind. Aber da sind viele, die da und so ja, die früh ist, nur schieben, dass wir schnell apparieren, in einem besonderssten Ängsten, dass wir gefährlich dort ist, dort zu versägen, wenn sich Haarabrischen zu hat. Denn dort ist eigentlich jemand, wo sie viel beschärken kann, dort ist, wenn sie keine frühe Angst entdeckt. Und dann haben sie dort leid gewohnt. Und die früh weiß, dass ihr das nicht kriegt. Na ja, sicher. Ja, wir haben dann noch mal Trübel, und noch immer mit Freunden, dass sie zu uns bleiben wollen, wie bloß war, ich würde mal gehen im Doktor gehen. Aber ja, ich sehe das dann, ich will dort nicht veranderen, das will auch für mich. Und ja. Okay, noch einmal leid, Entschuldigung, ich bringe ein Blick über, du sagst, dass die Hebammen, die Midwives, die sind ganz oben, warnen die, dass sie wieder ist, und wenn sie wiederkommt, sie sind ganz oben, den Doktor schwindet der Föhn, und dann, dass der Doktor nicht erst, dass die wollen den Doktor nicht kommen lassen. Na, wie heißt das, dass man ein Doktor dort begehört hat? So, dass er das oben, der Fährer sich dort, die nehmen den Regen gedreht. Na, auf jeden Fall nicht, das ist wirklich, dass wir top schoffen, und da, wer du hängen ist, wenn du, wenn man wie nicht bloß Glück auf dich hängt, und wir hörten das, dann wird wie, okay, vielleicht hat keine gute Bedeutung gekriegt, aber dann doch müssen wir es nennen, vor nicht. Ja. Ja, das ist ich sage, das letzte Doktor, was wir hatten, der hat auch viel, viel besser erklärt, als den, was wir haben. Okay. Und da war die Oja, wird es immer ein geludener Doktor, und dort ist eine Heuschaufung nicht bloß, veranäulich, nicht bloß Fährer, weil ich das, das ist eine Dorn von zum Herrn, ich würde sagen, und so wird es dort, die Sparke, die Oma Säure. Aber wir reden nicht, weil ich denke, nee, nee, und dort wird ein Doktor, den muss eine Olle-Sried-Präschung, irgendwann sein soll, und dort ist mit Schweden. Gut, dann haben wir viel Mut angeschön. Ja.